herzlich willkommen zu einer neuen folge rocket league mit mir und dem korps lange lange ist ja ich freue mich schon ja ich mich auch es hat sich es hat sich viel verändert ja wir haben uns vor allem zu zweit mal alte videos von uns angeguckt und haben uns gedacht ich habe schon ich hätte mich losfahren sollen ich war hinten alles gut habe ich nicht drauf nach dem ersten spruch wir sind gut geworden dann so eine scheiße naja ob wir gut geworden sind wir haben jetzt auch schon lange nicht mehr gespielt naja wenn man mir so eine steil vorlage gibt ja ja das stimmt ja herrlich das war echt ein sehr guter pass von ihm ja ach so wir spielen gar nicht renkt ja vielleicht ist das gar nicht so verkehrt extra erst mal bevor es dann richtig zur sache geht entschuldigung ich fahre was ist das denn also wenn ich das bewerten müsste ich sagen du musst sehen warum wir sind das gerade so ist das bei die auch so lege bei mir ist gerade aber ganz gewaltig bei mir habe ich den ich habe gerade ganz ganz große probleme habe ich das gefühl das ist nicht gut tatsächlich nicht vor allem als haupt aufnehmen da ne ja ist das gerade nicht ganz so witzig ich hoffe das legt sich jetzt gleich wieder ich meine am ende war jetzt gerade nichts aber davor halt eben voll scheiße vorhin habe ich noch gesagt ich krieg die alle jetzt an den nehmen tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüeyy Nijein ja wohl sehr gut ich bin schön mitgefahren sehr gut also diese folge wie gesagt machen wir mal dann zum eingewöhnen unranked dann wahrscheinlich ab der nächsten folge oh dann mit oder so das können wir gerne machen mal gucken wow nein ah da warst du nicht mehr okay oh scheiße hat mich zu spät alles gut ich stehe mitte ich habe ihn dusselig abgefälscht glaube ich ich meine unser angriff war gut ja das schade ich habe kein boost was haben die denn ständig mit ihrem angetäuscht alter was ist der typ nicht drauf gefahren da wäre nicht reingegangen wenn er nicht im weg gestanden hätte muss ich mal angucken ich hätte voll versemmelt bande ich hab ihn alles gut sehr gut nein nein der ging aus der Ecke raus jo geil erstes spiel erster sieg das ist schon mal gut wir haben heute schon mal gehört unsere statistik hat ja schon immer besagt dass wir während in den aufnahmen das hat zumindest damals so ich will mal gucken ob das heute noch immer so ist aber wir wollten raus wir wollten raus nein warum ja wir wollten doch jetzt nein die erste aufnahme so hätte ich gesagt tschuldigung alles gut ok ich kann meine dings abholen ja das ist nämlich so dass wir immer während der aufnahme ein sieg machen und ne warte mal zwei sieg machen genau wir mal sehen ob das immer noch so ist früher hatten wir noch den pfahlwulf dabei da konnte man das immer so zählen das gefällt mich das gefällt mich nein ich habe ihn genau auf den gespielt aber ich habe mich so doof gedreht sehr gut verteidigt sehr gut verteidigt ja aber er hätte ihn auch rein gemacht ich habe versucht noch da raus zu fischen halt ich habe ihn ja die machen das die ganze zeit extra ja das machen die extra ist korrekt ja nein der schwinkel war zu scheiße jawoll der war perfekt der war perfekt wie war das mehr besser vorlage geht nicht ja mehr besser vorlage geht nicht sehr schön wie danach noch ausgerastet ist was denn wie er das immer gesagt hat damit habe ich nicht gerechnet ja komm flieg du mal du fliegeding kann jedem passieren aber ja dass er so extrem da reingeboostet ist und dann noch nach vorne springt ja auch voll aufs tor drauf halt ne ich fahre jo oh gott ich glaube ich habe schon ja ich habe schon wieder lecks aber nur leichte glaube ich ah ne so leicht sind sie nicht oh gott oh gott oh gott ich hoffe der ball ist auch immer da wo ich ihn vermute weil du fährst auf jeden fall dem ball hinterher ja das tust du auf jeden fall schon mal der ball macht halt eben öfter mal so ein bisschen zick zack ach schade warum denn nur das weiß ich nicht das kann ich dir leider nicht beantworten wo na super nee 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 ja aber wenn bei mir das nicht geleckt hätte bei mir ist der ball komplett woanders hingeflogen dann hätte ich den gekriegt oh man ey das ist ganz gut dass man das bei mir auf der aufnahme wahrscheinlich ziemlich gut sehen wird aber es ist immer für ein tor ungefähr wo das ist und jetzt ist es weg oh gott nein ich hab verkackt wo 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 nichts da ja geil und ich glaube ich war das nicht zuletzt weil er versucht zu verteidigen hat aber nicht hingekriegt er hat auch fast funktioniert er ist drin oder ist er nicht jawohl ja gut das heißt ja wir werden das nächste match verlieren wenn die statistik immer noch stimmt ja gut wenn die beiden auf bereit drücken dann spielen wir wieder gegen den ach die sind aus c p p p p nicht c c c p ja sind beide rausgegangen fake russland das ist team c p p p es wurde auseinander geschrieben bei den cp und dann p p ach so bei dingen zu was c p p p weil da kannst du ja in dem plant kannst du ja nur hier kann es ja keine leerzeichen auch machen glaube ich ja gucken wir mal wie es das ist wie gegen den siebenfachen senior was siebenfachen senior der eine fährt gar nicht okay naja geschenkt bekommen möchte ich das jetzt eigentlich nicht nicht auch nicht aber ich schippe auch schippe auch die bälle so vielleicht ist das der bruder von chopper von one piece ok jetzt ist nicht mehr schipper drinnen jetzt ist ein richtiger spieler drinnen das heißt wir geben wieder vollgas ja karnel 30 25 nur ich dachte ich komme noch ein ball dran habe ich gemerkt naja aber wenn ein bisschen weiter folgt ja aber wenn ein bisschen weiter ganz schön weit weg das sah nur nicht so aus ja weil die kamera weiter von hinten war ich bin ich nicht so schlimm jetzt ist bei mir wieder lag party alter was ist denn da hat wo 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 falsch eingeschätzt wo 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 da wo wo h wo 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 in die richtung hat dass ich auch jetzt wieder da wofür hast du jetzt das fahrradding gekriegt fallrückzieher ne weil wir beide uns berührt haben glaube ich ach so recht kriegt man dafür irgendwelche auszeichnung ja weiß ich nicht genau das ist nur beim abklatschen wir ja so ist das ne also wir wechseln hier gerade die gegner wie immer noch kein neuer gejoint ist immer noch das wäre eine coole kombo geworden er war sehr gut das tanztor werden wir das auf jeden fall nicht einhalten mit unseren drei also drei zwei spiele ein verlust also zwei gewinne ein verlust meine fresse ich habe jetzt letztens ein meme gesehen von so einem typ der guckt sich ein bild an von einer maus oder ratte vermeintlich halt maus ja und dann sagt er so ist das eine maus oder ist das eine katze ist das haus oder raus was ist denn los mit mir ist das keine maus oder ist das eine ratte alter was stimmt heute nicht mit mir ich hab mich kaputt gemacht ich konnte nicht mehr ich hab mich bepisst vorlachen ich hab voll an las gedacht in dem moment weißt du was das woran mich das erinnert an dem blauen fußen kalor war also pulver blau alt von samstag mal ein blauer kapp kap Oh Mann ey, diese TikTok-Videos, ey, die machen mich noch fertig, ey, die machen mich wirklich fertig. Nein. Oh, Chipper war im Weg. Ups, meine Schuld, ja, der war gut, der war gut. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn berührt habe oder ob er ihn selber verkackt hat. Ne, du hast ihn berührt. Ja? Ja, du hast ihn berührt. Das habe ich schon von Weitem gesehen, dass der reingeht. Ja! Jo, das war doch mal ein schönes Spiel. Ja, ja. Oder? Das war wirklich ein schönes Spiel. Das haben sie uns aber auch ein bisschen leicht gemacht, nicht? Ja, würde ich jetzt auch behaupten, ne? Ja, aber auf jeden Fall war's das dann mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn's wieder heißt, wir spielen Rocket League. Genau! Bis dahin! Tschüss! 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 Tschüss!